das ist natürlich jetzt belastend das ist jetzt natürlich belastend weil eigentlich müsste ich dann hier so eine zwischenstrecke machen das ist natürlich jetzt belastend dass das da zimmer okay dann muss ich den wegnehmen den wegnehmen was natürlich ein bisschen doof ist weil dann muss ich den in die richtung auch breiter bauen ok kriegen wir kriegen wir hin kriegen wir hin und zwar baue ich mir hier einfach ein türmchen einfach ein kleines türmchen so hatte der schlag da aber auch zwei hinter dem raus das heißt eigentlich müsste das ist natürlich jetzt ein wenig du oder ich mache hier ja okay ich weiß ich weiß ich mache den höher und stufenweise wird der dann gut okay ich habe einen plan ich habe plan dafür brauche ich aber auf jeden fall mehr stein mehr cobblestone das fichtenholz bräunig eigentlich wird ein bisschen komisch aussehen aber am ende wird es schon passen am ende wird es schon passen denn wir bauen uns hier ein kleines türmchen also wir machen hier den nach da so jetzt brauche ich natürlich ein bisschen kurz erde damit ich hier natürlich dementsprechend das fertig machen kann wobei die hier noch nicht mal weil hier kommt dann wird dann noch ein bisschen zugebaut stimmt eichenholz brauchte ich noch mal ich brauchte noch mal ein bisschen eichenholz aber ich glaube erstmal bauen wir hier mal kurz damit man wenigstens schon mal das ein bisschen sieht hier soll nämlich eine zwischenlage rein so eine zwischen etage so 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 nein da will ich nicht runter dann muss ich mal klappen für bauen dass ich da nicht dauernd runterfall eventuell eventuell wo ich da klappen so ich kann heute wieder super bauen das ist schrecklich manchmal ist das echt schrecklich keine dings mehr macht nichts einsteck baumstimme weghauen dann hat man wieder vier stecks holz den dings müsste ich ja auch mal gucken dass ich das vielleicht ein eigenholz bauer damit das nicht so doof aussieht so 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 dann haben wir schon mal eine etage so halbwegs auf jeden fall fackeln hier überall natürlich noch hin damit hier nicht nichts komisches spawnt hier einen wobei da packen wir die lassen wir das mal so 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 gut ich brauche trotzdem noch eichen trotzdem noch eichenholz das heißt natürlich ich muss natürlich wieder holz hacken gehen die holz hackerei so eichen 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 da werde ich wohl glaube ich wenig eichen finden in der wüste da ich muss mir echt eine baumfarm glaube ich machen dass ich hier wirklich eichen bäume und birkenbäume und so habe also bei farm ist ja doch eigentlich schon fahren in dem sinne so kleinen wald sagen wir es mal so einen kleinen wald weil ich glaube das aber wobei mal gucken vielleicht habe ich irgendwann so eine kleine ecke wo ich halt ein paar da höre ich schon eine kuh da rennen kühe rum das ist schon mal gut die sind nicht allzu weit weg von meinem haus die kann ich später dann mal hier ran ziehen wohl bemerkt später die tierfarmen die kommt auch noch ich brauche kühe ich brauche schweine ich brauche schafe hühner mindestens zwei von jeden dings tier die wir dann vermehren mal gucken wo ich gehen baue weil zu viel platz habe ich da ja dann auch nicht das heißt höchstwahrscheinlich muss ich dann hier den halben wald weg holzen dass ich überhaupt platz habe deswegen lasse ich auch gerade so einfach pflanze ich keine neuen bäume sondern holz eigentlich im grunde nur ab wald rodung sozusagen was habe ich denn über den stack das sollte erst mal reichen erst mal wohl bemerkt wo bemerkt ihr könnt auch gerne in die kommentare mal namen für unsere beiden schildkröten reinschreiben vielleicht gefallen mir da welche und dann können wir die da benennen sage ich jetzt mal so ich brauche auf jeden fall treppen noch ich habe doch gar keine leitern mehr sehe ich gerade die brauchen natürlich auch erst mal damit er es hier ein bisschen bisschen beleuchteter ist hier mal ein paar lampen noch mit rein allein schon hier hinten dunkel wie das hier hinten ist erst mal erst mal erst mal machen wir da so leitern hatte ich jetzt keine mehr im ding muss ich natürlich wieder neue leitern kraften da klar ist noch nicht dunkel genug ich würde mich sagen dann machen wir hier erst mal dicht dass wir hier so einen kleinen turm haben hier 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 leg machen wir den so so noch Sack 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 wohl ja doch warte mal das ist jetzt von der station ist das 1 2 3 4 5 machen das so 123 ja doch hier dann dem noch hin hier kommt nämlich dann der boden auch rein 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 3 4 5 6 8 8 so macht man den so und das passt nicht ganz okay dann machen wir das anders dann lassen wir den einfach mal so wie er ist und bauen das da anders machen wir das anders dann machen wir den halt einfach so zu dann habe ich hier noch so schön ich sag mal aussichts strich strich glocken tor jetzt brauche ich natürlich erst mal dies und ich brauche das denn ich will hier noch natürlich schön beleuchtung nur bis hier weil da soll das ding rüber und da will ich dann auch die luke hinbauen das muss ich nur mal gucken hatte ich dass das eisenfalltür das wäre ja vier eisen das war ja dings jetzt bin ich so blöd und weiß nicht wie die eisenfalltür ging müsste ich gleich mal gucken was auf jeden fall wichtig ist einmal hier kurz dran dann einmal leiter leiter weg das denn und club club wo das eigentlich schwachsinn ist eigentlich eigentlich müsste ich hier einmal kurz weiter nach hinten gehen und dann ernsthaft dann hier weiter außen rum das zu bauen ganz vorsichtig so dass weg das weg dann hier und dort dort hat er das jetzt richtig verbunden ja packen wir mal ein übernacht da ja ich weiß da liegen jetzt fackeln auf dem dach und so die hole ich mir auch noch wieder nur mit geduld muss ich gerade mal lang weil genau dahin nein nein meine frisse du sollst den ich da verbinden das jetzt hier zack 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 und zwar so nein nein so 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 und so kurz gucken so 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 kann ich hier irgendwo raus eigentlich nicht mehr eigentlich nicht machen wir es gut so gut so gut so wie sie items vom dach aufzuheben so so brauche ich da noch was rum eigentlich könnte ich noch so einen kreis außen rum machen wo noch so ein kleiner zaun drauf steht das wäre eigentlich noch die idee sich das einmal so mache so 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 zack 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 so so zack 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 ich glaube da muss ich dann außen rum gleich gehen so nein so so sollte das in ordnung gehen dann so mal nach unten mal von unten uns den spaß anschauen so naja hier die sachen nebenbei noch einen sammeln da muss ich noch gucken von der seite aber ich sag mal so ich gehe mal kurz ein stückchen weg von dem haus und wir schauen mal mal hier auf die andere seite dann sollte ich mal gucken können wie das ausschaut guck mal so gleich mal zwei screenshots gemacht dass das mal gucken welche sind wir davon nehmen natürlich ist es noch nicht fertig also ist ja klar ich muss dann zum einen noch fenster reinhauen genauso werde ich glaube ich das holz noch mal gegen kabels ton austauschen was da eventuell besser aussieht dann und hieraus auch außen warum muss ich ja gucken jetzt wie die dings am besten passt da packe ich nebenbei noch mal ein bisschen sand in den ofen sind in der oven weil so kann ich es ja natürlich nicht lassen so kann ich das natürlich nicht lassen denn das ding weg obwohl erstmal fangen wir hier mit an ich glaube da auf der seite ist das glaube ich ein bisschen besser wenn wir damit erstmal anfangen und zwar würde ich sagen nehmen wir erstmal den ganzen spaß wieder raus weil ich habe gerade gesehen das sieht nicht schön aus da nehme ich dann lieber gleich so obwohl ich könnte rein theoretisch 1 und rahmen lassen oder dann habe ich den da den da den da den da und den da so jetzt brauche ich kabels ton natürlich und zwar muss der hier 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 ich glaube so lasse ich das so sieht das fenster glaube ich würde das fenster glaube ich ganz gut aussehen wenn ich hier jetzt so das fenster ein bauer hat man hier schönen ausblick so einen schönen ausblick dann genauso kommt hier ordentlich licht auch ein woher ist die was macht das ganz anders ich mache das ganz anders ich mache hier so eine für glasfront direkt vom boden aus das wäre doch was dann sieht man hier so ja schön so eine direkte front von boden aus das ist doch schick muss ich mir mal von außen angucken wie das aussieht von außen aussieht wäre natürlich geil wenn das gut aussieht so ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht so an sich sieht das natürlich cool aus aber ich überlege gerade ob ich die vorderste reihe nicht auch weg nehme und dafür kappelstunden bau ich glaube ja ich glaube das macht mehr sinn ist aber von hier aus weil sonst die ganzen scheiß noch mal wegkauen deswegen glaube hier haben wir das falsch allerdings dann bauen wir das von hier aus so weg leider keine schaufel mehr die muss ich gleich noch mal eine neue schaufel herstellen apropos so wie sieht es eigentlich jetzt mit meinem vorhang hier aus so wie sieht es hier aus aus so wie sieht es Säge Archives aus